In der Welt der Spiritualität und des Mysteriums gibt es eine Lehre, die seit Jahrhunderten fasziniert und inspiriert, die hermetische Philosophie. Im Zentrum dieser Lehre stehen die Alchemie des Geistes und der Mentalismus, Konzepte, die unser Verständnis von Realität und Bewusstsein tiefgreifend beeinflussen können. In diesem Video tauchen wir in die faszinierende Welt der hermetischen Philosophie ein und erkunden, wie die Alchemie des Geistes und der Mentalismus unser Leben bereichern können. Grundlagen der hermetischen Philosophie Die hermetische Philosophie, benannt nach Hermes Trismegistus, einem legendären Weisen, ist eine Sammlung von Lehren, die sich mit dem Verständnis der geistigen Gesetze des Universums beschäftigt. Im Kern dieser Philosophie steht die Idee, dass alles im Universum mentaler Natur ist und der Geist die Grundlage aller Realität bildet. Diese Lehre betont, dass unser Bewusstsein und unsere Gedanken nicht nur unsere persönliche Realität formen, sondern auch eine tiefgreifende Wirkung auf das kollektive Bewusstsein haben. Das Prinzip des Mentalismus Eines der grundlegenden Prinzipien der hermetischen Philosophie ist der Mentalismus. Dieses Prinzip besagt, das All ist Geist, das Universum ist mental. Es lehrt, dass die gesamte Realität eine Manifestation des Geistes ist und dass durch die Veränderung unserer Gedanken und Überzeugungen die äußere Realität beeinflusst werden kann. Dies bedeutet, dass jede Veränderung, die im Geist stattfindet, sich in irgendeiner Form in der physischen Welt manifestiert. Der Mentalismus fordert dazu auf, die Macht der Gedanken zu erkennen und bewusst zu nutzen, um das Leben in eine positive Richtung zu lenken. Die Alchemie des Geistes Die Alchemie des Geistes bezieht sich auf den Prozess der Transformation des eigenen Bewusstseins. Es geht darum, niedere, unproduktive Gedankenmuster in höhere, konstruktive Zustände umzuwandeln. Diese innere Alchemie ermöglicht es, die eigene Realität bewusst zu gestalten und zu einem tieferen Verständnis des Selbst und des Universums zu gelangen. Es ist ein Prozess des Lernens, wie man negative Emotionen und Gedanken in positive umwandelt, was zu einer grundlegenden Veränderung der Wahrnehmung und der Lebenserfahrung führt. Anwendung im Alltag Die hermetische Philosophie ist nicht nur eine theoretische Lehre, sondern bietet auch praktische Werkzeuge für den Alltag. Durch Techniken wie Meditation, Affirmationen und bewusste Intention kann man lernen, die Kraft des Geistes zu nutzen, um positive Veränderungen im Leben herbeizuführen. Diese Praktiken helfen, das Bewusstsein zu schärfen, die Gedanken zu fokussieren und die eigene Realität bewusst zu gestalten. Sie ermutigen zur Selbstreflexion und zum bewussten Umgang mit den eigenen mentalen und emotionalen Zuständen, Herausforderungen und Missverständnisse. Obwohl die hermetische Philosophie tiefgreifende Einsichten bietet, ist sie auch mit Herausforderungen und Missverständnissen behaftet. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass mentale Transformation Zeit und Übung erfordert und dass die Veränderungen oft subtil und graduell sind. Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, dass positive Gedanken allein ausreichen, um die Realität zu verändern. In Wirklichkeit erfordert es eine tiefe innere Arbeit und eine konsequente Anwendung der hermetischen Prinzipien, um echte Veränderungen im Leben zu bewirken. Zusammenfassung Sie lehren uns, dass wir durch die Veränderung unserer inneren Welt einen direkten Einfluss auf unsere äußere Welt haben können. Diese Lehren ermutigen uns, Verantwortung für unsere Gedanken und Überzeugungen zu übernehmen und unser Leben bewusst zu gestalten. Die Reise durch die hermetische Philosophie ist eine faszinierende Entdeckung des Selbst und des Universums. Wenn du eigene Erfahrungen oder Gedanken zu diesem Thema hast, teile sie gerne in den Kommentaren. Es ist immer bereichernd, verschiedene Perspektiven und Erfahrungen auszutauschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es bitte mit Freunden und Familie, die sich ebenfalls für Spiritualität und Mysterien interessieren. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren spannenden Inhalte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bleibe neugierig und offen für die unendlichen Möglichkeiten, die der Geist und das Universum bieten. Bis zum nächsten Mal, bleibe neugierig. 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 Vielen Dank.